Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assets zurück 3 Alles auf Deutsch, ich muss den immer wieder mal ein paar einschalten Ich muss vorhin werden, ich mache dann immer ein vor jeder Session Das ist ja kein Problem, muss ich ein bisschen was machen, aber ich weiß jetzt mittlerweile wie es funktioniert Wie ich die Sprache richtig einstelle Und aufmerksam Nein, wir hinkommen Briefe ab, reißen, reißen, reißen Lauf weg, lauf weg, lauf weg, ich habe vorbeigeschossen Weg, 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 einfach weg hier, einfach weg Los, 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 los Zauber Zauber Wo ist... Eist der die nicht auf weg Hier Es sind viel zu viele hier ... ... ... ... ... ... Jossi 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 Hüt damit Jetzt sind wir wieder zurück. Geschafft. Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Turm, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Wo gehen wir hin? Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Das mach ich schon. Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Tunnel? Die drei Maurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Und warum? Du hast keinen Grund mehr, da rum zu schütteln. Du hast keine Reife. Was? Ey, ich bin doch nur lang da oben. Es sind nur wenige, die dir entkommen sind. Wir müssen da rum. Ja, ich veröge dem schon. Ja, ich veröge dem schon. Dem schon. Kommt er jetzt runter. Komm. Der Fehler ist wieder da. Los, komm. Wir gehen hier durch die Gassen. Wir sind uns keine. Hm. Es sind nur wenige, die ihr kommt. Er will uns abhängen. Verheilt euch. Los. Nichts gehen. So. Los. Auf neun. Hä, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich schieb mir mal. Alles gut. Alter, was macht er denn? Ist er die denn dumm? Hier. Hier. Ja, jetzt kommt er. Komm. Komm. Kommst du, mein Ruder. Und da, hier herrin. Und da, hier herrin. Und da, hier herrin. Ich warne dich nicht noch mal. Ich warne dich nicht noch mal. Bin da, hier herrin. Bin da, hier herrin. Bin da, hier herrin. Bin drin. Das ist jetzt nur. Jawohl, das haben wir geschafft. Sehr gut. Volle Signalisation. Das ist die Sprache. Das ist die Sprache auf Deutsch und... Ach. Fackel. Fackel? Wäre gut. Naja, Lampe geht's auch. Tünde die Lampen mit deiner Laterne an, Körner. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten Sie diese Tunnel? Wir müssen wie lang? Hier? Das hat mir nix. Toll. Nein! Ich werde es nicht abschließen, ich werde es sonst. So. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Das auch. Nur so sehr ist mir Schmerz das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Hier sind die glaube ich noch irgendwie Ratten, oder? Wollen wir ruhig machen. Oder lass noch mal an. Nur eine Sicherheit. Zehn Meter. Ja, geschafft. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze Schlösser Knacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Das können wir auch. Na. Das ist bei mir sehr beliebt. Sehr gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. ja die ganze haben wir abgeschlossen zweifel die gegen ging habe ich nicht so viel konnte man nicht so viel schmerz und wenn nicht Dann muss ich auf die andere Seite. Ich wollte doch über die Dächer. Nix. Nix. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm, ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Zum Glück. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Moment wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit mir. Gebruffte Worte werden für wahr rein. Und all das, um mir zu hinterfragen. Ich halte dir nur, es zu zähmen und zu nutzen. Es muss einen anderen Weg geben. Wer wären wir? Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Herr. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Ich bin im Hafenmeister, müssen wir sprechen. So, wir wollen, wir sind jetzt in Boston. Wir wollen, nach außen. Ich glaube, da geht's nach Hause. Ich hoffe es mal. Ja, Leute. Sind wir zu Hause? Jo, sind wir. Ja, dann gehen wir noch schnell zur Hauptmission und dann würde ich sagen, ist die Folge auch beendet, ne? Ja, dann gehen wir noch. Ich habe ein bisschen was bekommen. Das war ein... Auf Russisch heißt das E-Rota, das ist ein waschwerke. wir müssen wieder rein zum guten Meister Achill da sitzt da und wie das weitergeht das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play yes